Aus der Fahrersicht im ACMO 7493 von Koppermann. Koppermann ist ohne Wiesentier 1 und sagte, dass ein Fahrzeug runtergekommen ist, geht nicht mehr. Bei dem stand doch das Hof dran, oder? Ich weiß nicht. Wenn er kommt bestimmt erst mal ein toller Spruch vom Fahrer. Aber ich bin Fahreraufkommen nicht mehr. Das ist natürlich ein Zuhause. Poli, ich weiß nicht. Ich glaube, hier fährt die Eure Biomahl. Das ist ein Schuss. Ich habe es noch nicht. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020 Schwimmhalle Schwimmhalle Ich glaube hier ist als nächstes Eschweiler Krankenhaus namens Bushof Lange war Lange war, kommt hier auch noch Abfall Lini-Mitfahrt auf der 48 Es sieht auf den 8 mal noch keinen Fahrplan mehr zum Wetter um Das letzte Mal ist hier kurz auch wieder von Cochumann gefahren worden Allerdings hat man dann schon gelenkt so Soll die Ausatung nach der 65 Nähe Inziger 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 Und wie spät? Gut, dann sind wir doch noch planmäßig. Ach, hier ist ja schon der Bus hoch. Bitte? Nee, nee. Welches Kennfallschlag der denn? 1053? 1053. Hä? Nein, der hat mir noch was von 1053 vorhin geschrieben. Warum bringt der mir den jetzt in die 40er? Äh, hä? Wir haben eigentlich die 1053. 1053. Ja, da sitzt er drin. Ah, hier ist es 240. Hä? Ja. Thomas ist auch schon da. Hä? Ähm. Ey, der hat mir noch vorhin was von 1053 geschrieben. Das war eine Mitfahrt im ACMO 74.